Ich muss hier erst mal jemanden finden. Ist hier jemand zufällig? Die haben auch noch alle Quests. So. Gott. Oh. Oh. Dann fahr ich mal nochmal hier. Ich fahr erstmal nochmal zurück. Ich fahr auch mal zurück. So. Habe hier schließlich noch zwei Quests öffnen. Und dann mal schauen. Ein coolen Traktor hier. Schala. Hey Schala. Dö, 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 dö. Oh. So, hier komme ich natürlich nicht hoch. Weil da ist überhaupt gar keine Grasstraße. Und wie wir wissen. Wenn da keine Grasstraße ist. Kommt man da auch nicht hoch. Fahre ich halt außen rum. Hier habe ich jetzt erstmal wieder die zwei Quests hier ab. Äh, bitte was? Hat die Maschine etwa am Powerlevel? Ähm. Okay. Yay. Wo ist die andere Quest? Da hinten. Hier können wir auch mal jemanden herausfordern zum Kampf. Ja, geil. Unser erster Dragon Ball, oder? Ja. Cool, 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 cool. So, jetzt können wir mal hier gucken. Wo ist denn der jetzt hin? Ist der weg? Hier, guck mal. Der wird doch bestimmt kämpfen. Duell. Zeit für ein. D-du, 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 duell. Okay. Der ist jetzt... Können die nicht kämpfen, wenn die auf diesen Dingern sind? Ist ja blöd. Ist ja noch jemand. Hier, guck mal. Der. Können wir stehen? Hier, duell. Nein. Kämpf mit mir. Kämpf mit Shaior, Laboof. Laboof. Komm. Oh, jetzt geht's ab. Oh Gott. Komm her. Komm her. Oh, der Leck ist echt, äh, verdumt. Oh, ich bin gestunt. Komm. Äh. Ja. Komm, greif an. Greif an. Ist er sich gerade geheilt? Drecksack. Oh, das ist so... Das ist so intens. Aua. Boom. Kann ich mir eigentlich auch heilen? Oder ist das nicht erlaubt? Ist es dann gemein, wenn ich mich heile? Weiß ich nicht. Oh. Gott. Ich kann nichts machen. Oh. Wieder fast voll. Komm. Hallo. Mach was. Mach doch was. Ei, 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 ei. Ja. Komm schon. Oh. Ah. Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Oh. Äh. Ja. So, jetzt haben wir eigentlich die Quest erledigt, oder? Hier, Sparring-Partner ein, wo? Äh. Hier, Sparring-Match. Haben wir doch jetzt gemacht. Oder wie? Oder was? Oder wo? Ich dachte. Hm. Na gut. Äh. Ich muss da mal gleich hingucken. Ah ja, genau. Jetzt zeigt er auch schon den Feiern. Hier ist wieder Gras, also heißt das, das meidige Gras macht uns hoch. So. Äh. Ach. Auf. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ja, ist okay. So. Ich muss auch noch eine Mail senden zu jemandem, steht hier. Naja, gut. Ich bin momentan noch freundelos. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wen ich da schreiben soll. Aber es wird schon noch, das wird schon noch. So. Jetzt müssten wir eigentlich schon da sein. Ich möchte gerne absteigen. Vielen Dank. Gucken wir mal hier rein. Bup, 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 bup. Und von den Dingern brauchen wir fünf Stück. Hm. Da hinten ist nur eins. So. Gehen wir einfach mal hier durch. Sofern der Leck uns lässt. Da hinten noch. Schon mal gucken. Nicht angreifen. Ich will doch nur noch dieses Ding da. Äh. So. Jetzt. Noch irgendwo was. Äh. Sehe ich jetzt gerade nicht so. Mal schauen. Irgendwo hier vielleicht. Ja. Brauchen wir noch eins. Und dann ist auch die Quest schon erledigt. Ähm. 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 Wie spawnen die auch? Dann gehe ich jetzt noch mal zu dem Baum da hinten. Weil so sehe ich sonst nichts. Ah. Doch. Gut. Schon gefunden. So. Oh, der Lecke. Komm ran da. Okay. Kann man da rüberspringen? Egal. Ich, äh. Geh einfach drum rum. So. Okay. Und man kann nur drüberspringen. Wunderbar. Ja. Da komme ich auch sicherlich hoch. Pff. Also, ich bin froh und mutes. Ja. Wunderbar. Easy. Ja, komm noch mal drüberspringen. Perfekt. Oh. So. So, wen soll ich jetzt bitte schön eine Mail schreiben? Äh. Send. Äh. Pff. Tu? Ja, tu. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Dann hätte ich. Ja, ich schreibe mal. Ich schreibe den mal. Gegen den ich vorhin ge... gekloppt habe. So. Schreibe ich. Hello. Und, ähm. Smiley. So. Dann müsse ja die Quest jetzt auch erledigt sein. So. Wunderbar. Okay, dann kommen wir jetzt nach da hinten. Da ist noch irgendwas. Äh. Der zeigt mir hier den Briefkasten an. So. Hier hinten ist noch eine Quest. So. Erk, erk, I will be waiting. Das ist schön. Ähm. Warum zeigt ihr mir das hier an? Die Sparring-Quest war es nicht irgendwo anders? Sparring-Quest, die war doch... War die nicht sogar hier hinten? Also, ich weiß auf jeden Fall, von welchen MPC es... Ach, von denen hier. Genau. Hello. So. 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 If you want to reveal what type of unique different item is, you can open a shop, open a shop, cash shop, oder was? Warte mal, kommt es hier zu. Open a shop. Change channel, option, pet, banks, party search, hmmm. Are you traveling with me? Ja, open a shop. Also ich muss zu den vielleicht? Welche waren das? Welchen MPC habe ich das bekommen? Gauchi. Was ist da hinten? So. Oh, lag wieder mal. So. Shop. Hier ist ein Fragezeichen. Ah. Jetzt kann man die ja auch identifizieren. Sehr gut. Kostet das eigentlich auch Geld? Mit 2622? Ja, 100, ne? Es geht. Margin. Ja, Margin sind wir ja nicht. Und das ist aber für Namekianer. Haben wir noch irgendwas? Gloves. Okay. Sind die schlechter gleich, oder? Bisschen schlechter, ne? Ja, ein bisschen schlechter sogar. Energy Drink. Kann man die Sachen denn eigentlich jetzt auch verkaufen? Weil das brauche ich ja dann... Warte mal, die waren ein bisschen besser, ne? Ja. Zack, wie viel geben die 123? Das passt ja. Nicht mal ein bisschen mehr zurück, als man investiert hat. Das finde ich, finde ich gut. Kann man den Dragon Ball eigentlich auch verkaufen? Ne. Das wäre auch ein bisschen sinnlos. Ähm. Kann man die Energy Drinks eigentlich auch stacken? Perfekt. Ich glaube, ich packe mir mal einen hier rein. Habe ich jetzt gerade einen genommen? Ne. Ähm. Hier habe ich nochmal Boots. Habe ich sonst noch irgendwo Boots? Was ist das hier? Ach, für Namekianer. Brauche ich nicht. Das hier. Okay, was hier? Hier. 41. 14. 41. 14. 350. Und... 350. Ich weiß nicht, ob das sowas auch war. Aber ich mache das einfach mal weg hier. Ja. Okay, also. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Ich verkaufe es jetzt erstmal. So. Zack. Gut. Haben wir die Quest auch erledigt. Unknown Object. Ja, perfekt. Geili, geili. So, wo geht es jetzt weiter? Äh. 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 Okay. Kann man eigentlich hier... Ah, ich kann diese Dinger wieder machen. Sehr gut. Dann mache ich ja den Skill mal. Ach ja, ich kann das ja nicht. War hier Riding. So. Ja, komm. Mach. Wie jetzt noch auf Coo-Down. Und... Okay. Kann nicht. Ach, hier haben wir noch ein... Unknown Object. Das könnten wir auch gleich mal scannen. Komm mal her. So. So. Ich will erstmal hier. Zack. Ach. So. Oh. Was ist es? Oh. 21, 28. Ne. Ist schlechter. Okay. Die sahen... An sich sahen sie besser aus. Waren dann aber trotzdem scheiße. So. Schau. Ich würde mich mal durch.